Ah, unfassbar. Das ist eine Kackstelle, die nervt mich gerade wirklich richtig. Nicht schön, ist aber echt knapp, ey. Ich habe nur... Okay, ich habe nur 605 Schuss, aber... Die sind schnell mal verbraten. Was schaust du? Nix. Ich denke nur nach, was man da drin machen müsste. Weiter, weiter, weiter. Vor, wenn es geht, okay. Hat sich ja nicht. Ich habe einen Medi-Back-Edge-Drop gekriegt. Kann ich die auch gleich geben? Habe es die gegeben? Au, au, au. Ah, verpiss dich. Ah, shit. Nein, ich glaube, ich habe jetzt, was ich... Ich glaube, ich weiß es. Das ist gut. Das ist gut. Und lauf bitte so weit wie möglich zur hinteren Wand, wie du kannst. Wenn du dann vorgehst. Wenn du dann vorgehst. Ah, shit. Das wollte ich gar nicht. Okay, also. Go. Lauf so weit wie möglich zur rechten Wand, wie es nur geht. Da. Lauf nach oben. Zu dem Tor vorne, ja. Wieso? Weil ich da nicht... Weil ich da besser treffen kann. Und nur wenn wir beide so weit vorne sind, dann triggert das ganze Ding. Woow, woow, woow. Alter. Munition. Ich meine, ich spare mir die Munition, wenn es geht. Loll. Rein, da rein. So, da liegt nichts mehr rum. Schade. So. Jetzt ab. Perfekt. Schnauze da unten. Da ist hinten eine Säule und die muss ich zerstören. Geilste, der Vergangenheit. Matze. Kommen Sie, verschwinden Sie. Siehst du, diese rote Säule da? Ja. Die habe ich in meinen Hallows gerade zerstört. Ah ja, alles klar. Okay. Und Lager öffnen. Munition. Abwehrplatine. Smartgel. Es wird Zeit für eine Werkbank. Sehr schnell. Oh ja. Und für einen Safe Point. Ja. Unbedingt. Werkbank. Ja. Und gleich wieder in die Werkbank. Dieses Ding ist einfach zu praktisch. Munitionskiste. Schienenbeschleuniger. So weiter und so fort. Und das... Oh fuck. Das habe ich vergedrückt. Das Erdkopf noch was. Platinensets. Mit... Keine Ahnung. 904 Wolfe. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube 800. Ah, okay. Ähm. Schauen wir mal. Wo ist das Erdkopf? Was ist jetzt von Erdkopf? Ich habe es nicht verstanden, was von Erdkopf ist. Das sind glaube ich ein paar Platinen einfach. Ein paar Platinen? Ein paar? Oh mein Gott. Was? Ich habe einfach ein paar Platinen mehr als ich mit einem StarCopter gekriegt. Ich habe mir aber nicht genau angeguckt welche. Ich glaube wir schauen uns das... Eine... Plus 3 Clip. Plus 2 Schaden Platine. Ah ja. Das ist ja ordentlich. Das ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall ordentlich. Aber ich weiß nur was ich jetzt ganz schnell mache. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? dass ich habe mir jetzt mal acht oder große medipex glaube ich jetzt so dann nehme ich da einmal schaden weniger das ist glaube ich okay so haue ich mir einfach mal drauf das ist vollkommen okay wunderbar geiler scheiß so kriegt man also coole platinen kann man meines erachtens lassen das war jetzt ein unauffälliger blick auf mein timer ja ich gebe es zu hier doch ach ja das ist eine gute idee das habe ich ja wieder alle los kleiner sucher freund los 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 ich will ein checkpoint ab und zwar ganz dringend ich glaube wir gehen jetzt wieder zurück wenn ich das so sehe ja die kobe ist hier los rum wir gehen wir zurück zur geologie wenn du soweit ist noch nicht ganz im auf ich habe nur schnell meinen die auch ein paar von den hightech planten drauf getan kein problem ich meine unsere waffen sind überlebenswichtig dementsprechend kann man die schon mal upgraden haben sie gefunden wonach sie gesucht habe auch feuerrat habe ich noch mal es wird aber das hilft nicht viel mit diesen schicken ist einfach klar und es gibt einen preis für das was ich getan habe isaac und ich werde dafür sorgen dass er bezahlt wird ganz kurz ich bin jetzt kurz zur anzugstation geht nachdem ich jetzt so viel wolfram habe nein nicht anzug wechseln upgrade kann ich mir nicht mehr trefferpunkte 100 wolfram wunderbar und die panzerung auch noch mal 65 wolfram hochstufen dann ist der anzug in griff schon mal fertig stase dauer könnte man mal hoch ach komm wir haben so viel wolf ja mach ich ich mache ja ich und ich habe es gleich und hier hinten noch die zwei aber jetzt muss ich nie wieder an der anzugstation rackmeister erfolg freigeschaltet so mein anzug ist komplettiert läuft ein kontrollpunkt der wäre schön und dann inventar wird gespeichert ganz toll es ist nicht das was ich brauche nicht da hinten geht es weiter okay fortschritt wären es glaube ich lieber ja ein bisschen smart gel ripcore ein ripcore oh nice ähm hier geht es lang äh geht es dahinter da geht es auch hinter moment ist bestimmt nichts stimmt wieder nichts und auf einmal tötet sich einer mit den sätzen ein geist ein körper da ist doch was ein zielfernrohr mit vollem zoom auf gott kannst du wirklich ein sniper basteln hier haben wir auch noch eine kiste energiewandler ok von dem zwölk habe ich mittlerweile echt genug allerdings ja da hinten da auch noch so eine kiste ja energiewandler bei mir hat sich gelohnt ein geist ein körper busch ich habe vierhundert vierundachtzig scheib ähm ripcore äh ripcore scheibchen oh nee da ist einer der möchte wieder mal geteilt werden boah ich höre es nichts von mir aaa aua genau gehört du Bastard äh wow au 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 ich wollte gerade sagen ich war eigentlich an einer Werkbank um Medifits mitzunehmen ich habe nichts wieder vergessen genauso wie die Torkstangen ja mein Gedächtnis ist ein Sieb so jetzt habe ich wenigstens wieder volle Health nein jetzt habe ich volle Health brauchst du ein Medipack ähhhh ich habe aktuell keins warte ich habe mir doch welche gebastelt ach da habe ich kriegst du zwei große 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 oh mein Gott so was habe ich noch nie besessen ich habe immer nur mittlere gefunden wir müssen hier ist erst so oh hier ist noch ein Artefakt aha Unitology Artefakt so tägliche Gedanken Jacob Danik meine Geduld wie auch unsere Anzahl schwindet zusehends es macht mich rasend dass das rücksichtslose Verhalten eines einzelnen Mannes die Ausrottung unserer gesamten Existenz zur Folge haben kann sollte Isaac Clark Erfolg haben wird die Menschheit aussterben unser einziges Vermächtnis wird aus Staub und Fäulnis bestehen die einzige Hoffnung für unsere Zukunft droht im Plan der Marker unsere einzige Hoffnung auf Erleuchtung auf Harmonie und Friede besteht darin alle Gräuel die die Menschheit gesät hat ungeschehen zu machen habt keine Angst irgendwann wird Isaac nachgeben es gibt Mittel und Wege selbst einen schwierigen Mann wie ihn zu überzeugen ich bin gerade so stolz auf mich dass ich mich nicht einmal verlesen habe das sei mal gesagt ich dachte dass das heute nicht vorkommt das ist ja auch schon ah kuk- ok war ja auch Danik Danik ist auch ein Wissenschaftler und er ist für alles ehach richtig und dieses und jenes wisst ihr schon er denkt er ist der größte wow Wow, gefühlt sind wir genauso weit wie vorher malen, Schnauze, ja, ich muss nachladen. Wow, Alter! Die sind so schnell! Wow! Nein, ich wollte gerade sagen, noch haben wir es nicht ganz, jetzt haben wir es. Oder? Nein. Dann läuft immer noch so ein Vieh rum. So. Jetzt haben wir es, jetzt können wir uns durchlooten, da ist noch eine Kiste. Ist ja fast wie ein Jurassic Park. Ja, das stimmt allerdings wirklich. Die sehen sehr Dino-haft aus, das ist richtig. Ich frage mich, wer die Filme heutzutage noch kennt. Ja, die sind doch schon ein bisschen älter. Ja, ich weiß jetzt nicht genau wann. Auf jeden Fall gute alte Steven Spielberg-Filme. Ja. Halt' ich mal. Geh mal ein Logistik. Fortschritt wird gespeichert. Fortschritt wird gespeichert. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Nein, ich kann das nicht akzeptieren. Weil ich der Meinung bin, dass du ein... ... hier beliebige Beleidigung einfügen bist. So. Ähm. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Es ist schon sehr spät. Wir sind schon ganze 18 Minuten über unserem Kontingen... Was war das denn bitte gerade? Keine Ahnung. Wir sind, wie du sagst, eigentlich über Kontingent über dem, was wir machen wollten. Ja. Die Geologie gibt es dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und... Ja. Willst du mich noch köpfen? Es ist das, was du willst. Nur zu. Geht nicht. Aber ich haue hier mal wieder zwei Scheibchen rein. Ich finde die Scheibchen einfach cool. Da. Das einzige, was jetzt noch geil wäre, wenn man da tatsächlich drauf könnte. Und so. Ja, ja. Das wäre richtig cool. Aber man kann hier nicht mehr springen. Hüpp, hüpp, hüpp. Ja, richtig. Genau. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Ganz genau. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder. Ich weiß es nicht. Ich habe ein zweimal zu heute laufen lassen. Da habe ich ja vergessen, wie viele Minuten wir da übrig hatten. Egal. Entweder bis gleich oder bis morgen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.